Alter, hier ist es nicht! So weit war ich schon ewig nicht los! Astros geht los! Scheiße! Warum bin ich auf angefahrenem Reifen? Ich bin letzter durch meinen Start! 5 Sekunden Verzögerung! So, dann verschiebt ich mich! Dankeschön! Danke! Auch Leute, was ist denn das? Ey, das kann nicht wahr sein! Simi, hast du meinen Powerstart gesehen? Ja, ich musste recht an ihr vorbeigehen! War nicht extra! Ja, vielen Dank! Ey, was ist denn los? Irgendwer hat mich abgeschossen! Simi, deine Pace ist gar nicht schlecht! Uhhh! Soll ich was für die Karre gefahren bin? Ihr? Äh, ne, bin da! Ich bin ein bisschen weggerutscht! Simi, du bist nur keineswegs durch die Karre! Na, das ist gut! Alles gut! Binder fährt im Kiesbett! Ähm, Gras, wenn ich Britten wirke! Vorgestanden wurden eben Polygon-Qualsatzes verbraucht, dass ich auf den angefangen bin! Oh, sag das doch! Mir wurde zwei Stop aber angezeigt! Hast du drei Reifen-Sätze gefahren? Nö, nur zwei! Bei mir, hattest du einen Verbrauch zum Quali oder zwei? Drei! Mir, ich hatte dich da nicht raus, äh, fokusiert, oder? Ne, ne, ich hab mich die Bisch verbrenzt! Okay! Wo ist der Cornflake? Ist der vor dir, Tracer? Ja! Irgendwie hab ich die Reifen-Paste! Mann, wer das nicht vorbeigekommen hätte, wäre ich nicht abgeschossen worden in der Tracer-Paste! Oh! Ey! Sorry, da kommt ihr nicht mehr fremden! Ja! Bleib du rechts! Bleib du rechts! Bleib du rechts! Okay, mal ein bisschen wieder an der Angedockt! Nein! Diesmal ganz klar! Oh, Simi! Allianzschild! Woah! Lol! Was ist hinter uns passiert? Was ist mit Teddy? Was ist mit Teddy? Kenny hat sich gedreht! Er hat sagt, wo ist Kenny? Äh? W-äh, stimmt! Das darf nicht wahr sein, oder? Ich hatte so'n guten Run und plötzlich drehe ich mich! Man! Ch- Das ist plötzlich mehr aufgefangen oder? Ich weiß nicht, warum ich dann direkt so umdreh ja! Ich hab dich nicht gesehen! A-ah! Hab ich dich berührt! Ach Kenny war voll! Ja-ah! Eingebe posse auf bitte! Ich war aufm weg zum Podium! Hab ich dich berührt? Nee, nee! Mein bloß! Ich geh in! Ja Also du würdest nicht von uns gedreht, oder? das muss ich mir noch mal anschauen also ein von euch bin ich drauf gefahren weil ihr so langsam war weil ihr euch gegenseitig in kurve 1 behindert habt ach das ist doch scheiße mein start war eigentlich so gut ich fahre mit angefahrenen und das spüre ich auch auch das war knapp Simi gell echt? sorry ja du meinst du wirst einfach auch mal wieder reingezogen ich komm da Simi er ist hinter Binder ich bin elfter du bist tehnter nee noch elfter EEEEY BINDER BIS DU BLÖD du Vollidiot WICHSER BLÖDER SAUD du hast mich volle Kalle rasiert bist du blöd sonst und es fühlt sich gerade Jetzt hast du ein 1980 bus nicht wie mutter bye f jetzt hast du ein heads Entschuldigung! Vollidiot! Ich hab dich nicht gewinnt, Kenny! Du fährst mir voll in die Karre! Kenny ist meine Fresse! Kenny schreit! Kenny tut mir leid. Ey, schau's dir in meinem Video an! Ah, sorry. Ja, Kenny, einmal in der Harnahle dich auch ein bisschen rausgedrückt hat, aber ich wusste gar nicht, wo du bist, weil du bist... Das war aber mitten auf der Geraden! Fährt der mir voll in die Karre! Ja, ich fahr jetzt! Weil ich die Bargamer rausdrucken, die Simi Lachflash bekommen! So Lachflash hatte ich nicht! Ja, ich hab weniger Grip! Halt die Fresse! Wie viele Runden kann man auf den weichen, äh, auf den harten fahren? Kann ich dir, kann ich dir in 10 Runden so? Oh, kommt wieder. Nochmal sorry für meinen Ausraster, aber das musste sein. Jetzt steht er so wieder vor mir! Nein! 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 Nein!